Und über die Seite Das Ding kommt, das ist die Möglichkeit Ja, der ist gut, der ist gut Dem muss Aguero Der ist drin Er wird hier das Heft in die Hand nehmen Wir werden heute, da gehe ich mal von aus auf den Das könnte was werden Ein tolles Tor Das ist fantastisch von Aguero Sucht seine Mitspieler Jetzt aber, schießt ihn aufs Tor Das ist fantastisch von Aguero Aus dem Lehrbuch, er bringt sich in Position Und dann macht er alles, aber wirklich alles richtig Mit viel Gefühl in der Stirnplatte Riesenmöglichkeit Und Sucht die Lücke Gut rausgespielt Jetzt der Schuss Servio Busquets Oskar Steht exzellent Er versucht Hier ist Aguero Und über die Seite Da geht er durch Er schießt Das ist das Tor des Jahres Ich verspreche es euch Steht damit der Sieger schon fest Er hat es nicht gut genug gemacht Sucht seine Mitspieler Aguero Ist Riesenmöglichkeit Und noch ein Tor Aber er war voll auf der Höhe Versucht den Pass Da ist die Möglichkeit Er geht hinterher Und zieht durch Aguero Versucht die Gasse zu finden Und weg ist er Das ist die Möglichkeit Das ist fantastisch Und sie nutzen sie aus Alle wieder bitte in die Startblöcke Aguero Physisch Er versucht es noch Aaron Creswell mit der Flanke Was für ein dickes Ding Das könnte was werden Das ist fantastisch Von Aguero Die Schussgelegenheit Da haben sie nochmal die Chance Und es ist passiert Versucht den Nutzt du die Chance Der ist drin Aguero Und den Abwaller Ein Kopfball Und da ist das 1 zu 0 Sucht die Lücke Abschluss Ja der ist gut Der ist gut Tor Noch 15 Minuten zu gehen Versucht die Gasse zu finden Die Tür ist sperrangelweit offen Und er zieht ab Der ist drin Da geht er durch Gefährlich Er will die Situation nutzen Freunde was Jetzt müssen sie sich neu orientieren Aguero Und der passt Sie versuchen es mit dem Pass durch die Mitte Ich bin mir nicht ganz sicher Ob das das richtige Rezept ist Gefährlich Der Gündoer Spiel läuft über die Außen Er serviert Da steigt er hoch Und noch ein Tor Gute Position Der ist drin Ein wirklich Und über die Seite Oskar Die Flanke von Oskar Jetzt aber Der Ball ist im Netz Und er ist in der Luft Und Tor Unentschieden zufrieden Oder wird noch versucht auf den Erfolg zu spielen Er schießt Das ist fantastisch von Aguero Er treibt den Ball durch Gefährlich Und da ist er Einerseits hat es der Gegner ihnen richtig leicht gemacht Andererseits war das natürlich wunderbar umgeschaltet Herrlicher Kontertreffer Schießt ihn aufs Tor Und drin Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht Aber die Ausführung Die lässt zu wünschen übrig Oskar Der ist drin Sie haben den Ball erhobert Sie haben Blitz schnell umgeschaltet Genau so musst du einen Und er ist in der Luft Das ist fantastisch von Aguero Es sieht gut aus Fast nutzt du die Chance Und noch ein Noch an dich Hansi Wer ist für dich der potenzielle Schlüsselspieler dieser Partie Fast alles Er versucht es Und er passt Ballgewinn ruckzuck umschalten Genau so sieht es aus Marco Der Schlüsselfaktor ist natürlich Tempo Kurze, scharfe, präzise Pest Und er zieht ab Und der zweite Versuch sitzt Sie nutzen den Raum auf dem Flügel Und ein Schuss Das ist fantastisch von Aguero Hier ist Aguero Sucht seinen Mitspieler Allein vor dem Er versucht es Der Ball Er versucht es nochmal Treffer versenkt Sie spielen im Moment definitiv nicht auf Abseits Naja wenn du Angst hast mit einem Pass in die Schnittstelle Die Chance Probiert's Sucht die Lücke Da ist die Chance Das ist das Duell Kann ein Torhüter praktisch nicht gewinnen Kein leichter Job für den Die Chance Drin das Ding Nutze die Chance Oh Freunde Was für ein wunderbares Tor Oskar Jetzt kann er die Flanke bringen Und weg ist er Und er schießt Da ist er drin Jeder Und der kommt durch Aaron Creswell Und er ist in der Luft Und der zweite Versuch sitzt Und noch eins Sergio Busquets Raus auf die linke Bahn Maguero Ist in aussichtsreicher Position Riesenmöglichkeit Er trifft Die Chance Gelegt Die Chance Tor Riesenmöglichkeit